Es ist Bitcoin L2 Season. In einer Weise, die wirklich beispiellos ist. Und das meine ich wörtlich. Die Audio-Version der besten Texte aus dem Bitcoin-Space. Das ist bitcoinaudible.de Willkommen zu Folge Nr. 197 von bitcoinaudible.de Den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Herzlich Willkommen zu dieser Vorlesung. Heute geht es um etwas Top-Aktuelles, nämlich das, was sich im Lightning-Network tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja immer wieder mal fassungslos, wie bis zum heutigen Tag, vor allem im Altcoin-Bereich, nimmer müde behauptet wird, dass Bitcoin langsam, dauer in seinen Transaktionen und vieles mehr ist, das eigentlich schon hoffnungslos überholt ist. Entweder haben also all diese Leute nichts vom Lightning-Network gehört oder sie verschließen ihre Ohren. Ja und wer seine Ohren verschlossen hat, dem könntet ihr dann diese Vorlesung senden. Denn darin geht es wirklich Top-Aktuell, denn es handelt sich um einen Artikel, der im späten Frühling dieses Jahres von Lightning Labs veröffentlicht wurde, um das Lightning-Network und den aktuellen Stand seiner Entwicklung, wie vielfältig und bunt mittlerweile das Ökosystem des Lightning-Networks ist und wo im Moment daran weiterentwickelt wird. Und das Erstaunliche ist, dass manche Aspekte des Lightning-Networks und neue Vorstöße es noch besser skalierbar und noch kompatibler für eine Zukunft zu machen, in der Bitcoin von jeder Person der Welt genutzt werden kann. Manche davon sind im Artikel nicht einmal enthalten, wie zum Beispiel das innovative und hochinteressante ARC, zu dem es bei uns bereits in Folge Nummer 114 eine Vorlesung gab. Seid also gespannt auf das, was euch erwartet. Wer sich schon länger nicht mehr mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Lightning-Network befasst hat, für den ist diese Vorlesung sicherlich eine tolle Möglichkeit, sich wieder mal selbst up-to-date zu bringen und vielleicht sogar bei entsprechendem Interesse, sich zum einen oder anderen Thema tiefer einzulesen, sich diese Dinge bei sich mal zu installieren, ein wenig damit herumzuexperimentieren oder vielleicht sogar, und das würde ich eigentlich persönlich das Tollste finden, sich in der Entwickler-Community zu engagieren. Denn das ist es, was Bitcoin definitiv braucht, auch auf der Grundlage aktueller Statistiken, etwa im Vergleich mit Ethereum. Bei Bitcoiner werden qualifizierte Entwickler wirklich gesucht. Hier gibt es zahlreiche Bereiche, in denen man sich an der Entwicklung eines der oder vielleicht sogar dem entwicklungsträchtigsten Protokoll der Menschheitsgeschichte beteiligen kann. Hier kann man wesentliche Meilensteine für die Zukunft mitsetzen. Wer also im IT-Bereich tätig ist, hört euch das alles mal an und schaut, ob euch etwas davon interessiert und ob ihr vielleicht hier euer Know-how einbringen könnt. Von konzeptionellen Überlegungen über die Programmierung selbst bis hin zu User-Interfaces und einfacherer Bedienung. Auch das ist eine spezielle Herausforderung, die nicht jedem liegt und in der auch im Bitcoin-Bereich immer wieder neue Talente gesucht werden. Jetzt aber genug meiner Vorrede, wir springen direkt hinein in die Vorlesung. Viel Spaß und interessante Entdeckungen beim Zuhören. Willkommen zur neuesten Ausgabe des Lightning Labs, einem Newsletter mit Lightning-Network-Updates, Community-Berichterstattung und natürlich Memes. Das Jahr 2024 hat mit der Genehmigung der Bitcoin-ETFs in der USA, dem Start von Taproot-Assets, dem steigenden Interesse an KI und LN und einer Menge an Bitcoin-Plänen mit einem Baukenschlag begonnen. Mit all dem jüngsten Schwung gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um auf Bitcoin zu bauen. Ein Tweet von Nick Carter vom 11. Februar 2024. Es ist Bitcoin L2-Season, in einer Weise, die wirklich beispiellos ist. Und das meine ich wörtlich. Wie wir in unserer letzten Ausgabe Entering the Bitcoin-Renaissance erörtert haben, sagte Elizabeth Stark, CEO und Mitbegründerin von Lightning Labs gegenüber The Block, eine der wichtigsten Geschichten des nächsten Zyklus wird die Bitcoin-Renaissance sein. Und sie hat bereits in vollem Gange begonnen. Nur ein paar Monate später erweist sich diese Aussage als sehr vorausschauend. Der jährliche Krypto-Developer-Report von Electric Capital enthielt die oben angezeigte Folie, betitelt mit 40% aller Bitcoin-Open-Source-Developer beschäftigten sich während des Jahres 2023 mit Bitcoin Layer 2 und Scaling-Lösungen. Gemeinsam mit einer Grafik, die hier eine ständig ansteigende Kurve von Bitcoin-Entwicklern, die sich mit diesen Themen beschäftigen, zeigt. Diese Grafik verdeutlicht, was wir alle spüren. Das Interesse der Entwickler an der Skalierung von Bitcoin ist so hoch wie nie zuvor. Es ist leicht zu verstehen, warum. Die Bitcoin-EDFs sind live. Das Harfing ist nur noch ein paar Monate entfernt und es scheint, dass der Designraum für die Entwicklung von Bitcoin noch nie so groß war. Die Bitcoin-Renaissance ist definitiv da. Wir bei Lightning Labs freuen uns über die steigende Begeisterung der Entwickler, weil neue Talente und neue Ideen generell gut für Bitcoin sind. Aber auch speziell all diese neuen Off-Chain-Ideen sind großartig für das weitere Wachstum des Lightning-Network, dem größten L2, also zweiten Layer von Bitcoin. Die wachsende Entwicklergemeinde ist begeistert von einigen spezifischen neuen Kategorien von Off-Chain-Bitcoin-Protokollen. Erstens, neue föderationsbasierte Lösungen wie Fedimins und CashU für Jomian eCash und Spider-Chains für ein neuartiges Risikomanagement von Bridged Funds, also Geldern zum Schlagen von Brücken zwischen verschiedenen Plattformen. Zweitens, Nutzung von Zero-Knowledge-Proofs zum Aufbau von CK-Rollups, einer neuen Art von Side-Chain, die die Bitcoin-Blockchain für die Datenverfügbarkeit und den Schutz vor Doppelausgaben für ihre eigenen, nativ ausgegebenen Vermögenswerte nutzt. Drittens, Entwicklung neuer Off-Chain-Überbrückungslösungen mit Bit4M, einem neuen Rechenparadigma, um during-komplette Bitcoin-Verträge auszudrücken. Und Untersuchung von Covenants als Möglichkeit zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit aller Off-Chain-Protokolle. Föderationsbasierte Lösungen wie Fedimins, CashU und Spider-Chains ähneln sich insofern, als dass eine Gruppe von Off-Chain-Betreibern Bitcoin-Zahlungen auf der Chain erhält und dann neue Token erstellt, die in unterschiedlichem Maße durch diese neuen Bitcoin-Einzahlungen außerhalb der Chain gedeckt sind. Das bedeutet, dass die sichere Übertragung von Geldern in und aus diesen Lösungen eine Stunde Wartezeit für mehrere Bitcoin-Block-Bestätigungen erfordert. Aus diesem Grund bauen alle föderationsbasierten Lösungen eine Möglichkeit, sich mit dem Lightning-Network zu verbinden, damit ihre Nutzer sofortige Zahlungen an die vielen Wallets, Börsen und Händler, die bereits an Lightning angeschlossen sind, senden und empfangen können. Dies macht Lightning zur Interoperabilitätsschicht zwischen diesen neuen Systemen. Diese neuen Off-Chain-Umgebungen werden nur dazu dienen, die Netzwerkeffekte von Lightning als globales Routing-Protokoll zu erweitern, mehr Nutzer und mehr Volumen zu bringen und das Schwungrad am Laufen zu halten. Der CTO von Lightning Labs, Laolo Osundokun, hat seine Ideen zur Einführung von CK-Proofs in Bitcoin letztes Jahr auf den Stark Work Sessions vorgestellt. Und wir sind begeistert, dass die Idee bei den Entwicklern so gut ankommt. Im Allgemeinen ermöglichen Zero-Knowledge-Proofs die Komprimierung großer Datensätze in kompakte, leicht überprüfbare Proofs, die es Lightning-Entwicklern ermöglichen, mobile Nutzer mit sofortigen, sicheren Synchronisationszeiten zu versorgen, um die UX, also die User Experience, drastisch zu verbessern. Tabroot Assets-Entwickler können dieselben Techniken nutzen, um On-Chain-Übertragungen benutzerfreundlicher zu gestalten, indem sie die Größe der On-Chain-Proofs verringern. Darüber hinaus könnte ein neuer Zero-Knowledge-Proof-Verifying-Opcode in die Tabroot Assets Virtual Machine aufgenommen werden, ohne dass ein Bitcoin-Soft-Forg erforderlich ist, um die Entwicklung von Anwendungen der nächsten Generation zu unterstützen. BitVM, das ursprünglich von dem Forscher Robin Liners vorgeschlagen wurde, hat die Aufmerksamkeit der Off-Chain-Bitcoin-Entwickler auf sich gezogen, da es ein neues Vertrauensmodell für Off-Chain-Protokolle ermöglichen könnte. Anstatt der Mehrheit einer Föderation vertrauen zu müssen, dass sie ehrlich sind, um ihre Coins abzuheben, müssen die Nutzer vielleicht nur einem Mitglied vertrauen, dass es ehrlich ist. Dies wäre eine enorme Verbesserung, wenn es wahr wäre. Bei Lightning müssen Nutzer, die ihre eigenen Nodes betreiben und ihre eigenen Keys besitzen, natürlich keiner gegen Partei vertrauen, sodass BitVM anderen Off-Chain-Protokollen dabei helfen würde, sich dem Level der Vertrauensminimierung von Lightning anzunähern. Tabroot-Assets-Entwickler könnten die neuen BitVM-Techniken nutzen, um vertrauensminimierte Asset-Bridges von Nicht-Bitcoin-Blockchains zurück zu Tabroot-Assets zu bauen oder um das Pocket-Universe-Konzept zu entwickeln. Eine neue Art von Lösung für die Entwicklung von nicht-kustodialen Off-Chain-Börsen mit nativer Lightning-Integration. Bei Covenants müsste die Bitcoin-Community im Gegensatz zu BitVM einem Upgrade per Soft-Fork zustimmen, das es den Entwicklern ermöglichen würde, die künftigen Bedingungen, unter denen bestimmte Coins ausgegeben werden können, im Voraus festzulegen. Die Entwickler diskutieren derzeit sieben verschiedene Vorschläge für Covenants, wobei der Schwerpunkt auf Anwendungen wie Tresoren, im englischen Vault, für besser programmierbaren Cold Storage, also längerfristige Offline-Aufbewahrung, liegt. Aber auch auf der Ermöglichung von mehr Off-Chain-Protokollen im Allgemeinen, indem die Anforderungen an die Interaktivität der Endnutzer verlängert werden. Ein konkretes Beispiel. Bestimmte Covenant-Vorschläge würden es Lightning-Entwicklern ermöglichen, sichere und skalierbare Channel-Factories im Vergleich zu dem, was heute möglich ist, als selbstverwaltete Off-Chain-Option für Nutzer zu bauen und das Protokoll als Ganzes entwicklerfreundlicher zu gestalten. Taproot-Assets-Entwickler werden in ähnlicher Weise in der Lage sein, die Fähigkeiten von Covenants zu nutzen, um Pocket-Universes zu erstellen. Und auch um Bitcoin selbst vertrauensminimiert in Taproot-Assets als 1 zu 1 gesichertes Asset einzubinden. Wichtig ist auch, dass der Aufbau von Bitcoin-DeFi oder Finanztools, die so viel wie möglich von Bitcoins Vertrauensminimierung übernehmen, eine Hauptmotivation dieser neuen Off-Chain-Produkte ist. Und DeFi wird die Stablecoins benötigen, die auf Taproot-Assets ausgegeben werden, um zu gedeihen, sodass der Zeitpunkt für diese neuen Projekte nicht besser sein könnte. Lightning wird der interoperable Klebstoff sein, der sie alle verbinden wird. An dieser Stelle ist ein kleiner Twitter- bzw. Ex-Dialog zwischen dem Account Bob Bodily und Elisabeth Stark von Lightning Labs eingefügt. Bob Bodily sagte am 9. Februar 2024, Anything that has ever been done on any other blockchain is coming to Bitcoin. Alles, das jemals auf jeglicher anderen Blockchain umgesetzt wurde, kommt nun zu Bitcoin. Elisabeth Stark darauf Welcome to the 2024 Bitcoin Vibe. Willkommen beim 2024 Bitcoin Vibe. Im Jahr 2024 geht es darum, dass alles zu Bitcoin zurückkehrt, wie Elisabeth Stark, CEO von Lightning Labs, bemerkte. Zu diesem Zweck sind wir begeistert, dass die Bitcoin-Entwicklergemeinschaft wächst und sich auf die Erweiterung der Off-Chain-Fähigkeiten von Bitcoin konzentriert. Lightning Labs und die Open-Source-Community haben das Taproot-Upgrade von 2021 genutzt, um ein skalierbares Protokoll für die Ausgabe von Vermögenswerten in Taproot-Assets zu entwickeln, das Stablecoins in das Lightning-Network bringen wird und um Taproot-Channels für Notbetreiber für ein kostengünstigeres und privates Channel und Liquiditätsmanagement bereitzustellen. Stelle dir vor, was mit neuen föderationsbasierten Lösungen, Zero-Knowledge-Proofs, Bit4M und möglicherweise Covenants aufgebaut werden wird. Brains Mining hat Lightning Payouts eingeführt. Ihre Miner können zeitgleich, sofort, Belohnungen ohne Mindestbeträge oder Gebühren für ihre Anteile am Mining erhalten. Die Lightning von und zu Mining-Konvergenz ist im vollen Gange. LN Markets hat einen DLC-Marktplatz integriert und eine von EgoDeath Capital angeführte 3 Millionen Dollar Startkapitalrunde abgeschlossen. Ein DLC ist ein nativer Smart Contract, der auf Bitcoin aufbaut und die Lieferung einer Auszahlung nur in Abhängigkeit von der Veröffentlichung eines Preises durch ein Orakel ermöglicht. Strike hat Strike Africa und Strike Europa gestartet und damit sein komplettes Angebot an Bitcoin- und Lightning-Diensten auf Gabun, Elfenbeinküste, Malawi, Nigeria, Südafrika, Uganda und Zambia sowie diverse Länder Europas ausgeweitet. Eine Anmerkung von mir als Vorleser, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Athena Bitcoin kündigte an, dass sie Lightning-Unterstützung für hunderte ihrer Geldautomaten einführen werden. Roilo, eine Suchmaschine und ein Explorer für Taproot Assets, läuft jetzt im Mainnet. Sie haben kürzlich Version 010 veröffentlicht, in der sie Taproot Assets Metadaten speichern und anzeigen. Nostra Assets hat sein Mainnet Taproot Assets veröffentlicht, das es Nutzern ermöglicht, Bitcoin und Taproot Assets über Nostra zu transferieren. Sie arbeiten auch mit Voltage zusammen, um ihre nächste Wachstumsphase mit nicht-kustodialen, also nicht-verwahrten und damit nicht-pfeindbaren Lösungen zu ermöglichen. Tiramisu Wallet, ein Wallet für das Taproot Assets-Protokoll, ging im Mainnet live und ermöglicht es den Nutzern, Asset in Bitcoins zu minen, zu senden und zu empfangen. Allen Markets gab bekannt, dass das kumulative Handelsvolumen seit der Gründung 2 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Und das nur drei Monate, nachdem es die 1 Milliarden US-Dollar-Marke überschritten hatte. Slice, eine Browser-Erweiterung, die Nutzer für die Anzeige von Werbung bezahlt, hat 600.000 Downloads erreicht. 80% der Auszahlungen werden über das Lightning-Network abgewickelt. Wallet of Satoshi hat seit der Gründung offiziell 15 Millionen Lightning-Transaktionen durchgeführt. Auf zu den nächsten 15 Millionen! Bitcoin Jungle hat 200 plus Geschäften in Costa Rica ermöglicht, Bitcoin-Zahlungen über BTC Pay-Server zu empfangen. Sie erläuterten auch, wie sie Lightning Loop verwenden, um On-Chain-Transaktionen abzuwickeln. Das bereits genannte Nostro Assets hat im ersten Monat des Mainnet-Betriebs mehr als 177 BTC an Lightning-Einzahlungen für einen Taproot Assets Exchange erhalten. River gab bekannt, dass sie bis Ende Januar kumulativ ca. 10.100 BTC, also aktuell ca. 455 Millionen Dollar entsprechend, in 3,8 Millionen Lightning-Transaktionen weitergeleitet haben. Im Durchschnitt 268.000 Sets, also 109 Dollar pro Transaktion. CBD, im deutschen ZBD, teilte den Bericht von Delphi vom November 2023 mit dem Titel Bitcoin Gaming and the Power of Nanotransactions, der viele beeindruckende Statistiken enthüllte. Darunter Lumnus Zenith, ein Spiel mit mehr als 2 Millionen Downloads, das nach der CBD-API-Integration einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro täglich aktiven Nutzer, also den sogenannten ARPDAU, von 80% verzeichnete. Voltage hat ein umfangreiches Update für seine Bitcoin-Entwicklungsplattform herausgebracht. Dabei wurde die Benutzeroberfläche neu gestaltet, Notbetreibern die Möglichkeit gegeben, Teammitglieder mit bestimmten Berechtigungen hinzuzufügen und die Preismodelle wurden aktualisiert. Amjad Mazat, CEO von Replit, hat eine Umfrage gestartet, in der er fragt, ob Replit-Cycles, die Währung, mit der die Bounties bezahlt werden, durch Bitcoin und Lightning ersetzt werden soll. 86,8% der 4136 Abstimmenden auf ex-früher Twitter antworteten mit Ja. Spirit of Satoshi veröffentlichte einen Bitcoin- und KI-Branchenbericht, in dem sie sowohl ihre Tools für Lightning-gestützte Crowdsourcing-LLMs als auch die Vorteile einer L402-Integration zur Erleichterung wirtschaftlicher Aktivitäten von Maschine zu Maschine hervorhoben. Blink kündigt eine Patenschaft mit Distribuidora Morazan an, dem Lieferanten von 40.000 Händlern in El Salvador. Außerdem wurde ein Plugin für BTCP-Server entwickelt, mit dem Nutzer ihr Blink-Konto mit dem BTCP-Server verbinden können, ohne dass ein Lightning-Node erforderlich ist. River hat Riverlink eingeführt, mit dem Nutzer Bitcoin-Gutscheine versenden können, die in jeder Bitcoin- oder Lightning-Wallet eingelöst werden können. Sie haben auch ihre App im Google Play Store veröffentlicht. CBD kam eine Vereinbarung mit Thumb Games zur Integration von Bitcoin-Belohnungen in das Handyspiel SpaceY bekannt und kündigte die Rückkehr von CBD Infuse an, einem Produkt, mit dem Spieleentwickler auf einfache Weise Lightning-Funktionalität in ihre Spiele einbauen können, mit 1047 Spielen für Bitcoin-Belohnungen in Splitgate. BIPA veröffentlichte Vail Bitcoin, eine LNURL-Integration, die es Nutzern ermöglicht, Sats an ihre Freunde zu verschenken, die sie in jeder Lightning-Wallet einlösen können. Kürzlich haben sie eine Erweiterung für LNURL vorgeschlagen und implementiert, mit der Sender und Empfänger einen Umrechnungskurs für eine beliebige Währung aushandeln können, der vor allem auf Überweisungen abzielt. PouchPH hat sich mit OneCubeTech zusammengetan, um CoopPay einzuführen, eine App für mobile Wallets, mit der Genossenschaften, Kooperativen, philippinische Peso- und Bitcoin-Zahlungen über das Lightning-Network senden und empfangen können. PRISM ist eine Nostra-Sab-App und ein Discord-Sab-Bot, die auf Nostra-Wallet-Connect aufbauen. Diese Apps können Zahlungen an mehrere Parteien mit einem einzigen Klick vornehmen und nutzen dabei das Lightning-Network und Nostra. Nunes, ein Peer-to-Peer-Marktplatz von Messenger, hat das Lightning-Network integriert. Zahlungen sind weltweit verfügbar. Einzahlungen werden schrittweise für ihre Kunden eingeführt. Muscat, eine in Großbritannien ansässige Händlerlösung für die Annahme von Lightning-Zahlungen, hat die Unterstützung für seinen ersten Kunden in Brighton gestartet. Titan Mining kündigte seine Lightning-Network-Integration an, die es Minern ermöglicht, alle 10 Minuten Block-Belohnungen ohne Mindestauszahlung zu erhalten. Legions of Lightning Vol. 2 von Boldfun wählte drei Gewinner unter den 69 eingereichten Projekten für einen Hackathon aus. Es gewannen Bitcoin Connect, eine Bibliothek, die es Nutzern ermöglicht, ihre Wallet mit Lightning-basierten Websites zu verbinden, USTP, ein DLC-basierter Stablecoin und Resolver, ein Schiedsgericht und Treuhänder für FOSS-Entwicklungsprämien. SatzHack, ein Hackathon, der von Vintium während der SatzConf in Brasilien organisiert wurde, hatte 65 plus Hacker, die 14 Projekte entwickelten. Der Gewinner war Minimaxis, ein LLM für Bitcoin-Miniskript-Kodierungshilfen. Der Build4Africa Hackathon, der von Trustbuilders organisiert wurde, hat aus den 38 eingereichten Projekten ebenfalls drei Gewinner ausgewählt. BitPension, ein Multisig-Ruhestanz, also Pensionsprojekt, Splice, ein Überweisungsprojekt von Taproot Assets und Stealth Money, ein Bitcoin-On-Ramp. SplabLab führt das Top-Builder-Programm durch, ein achtwöchiges Bildungsprogramm für Bitcoin-Hacker. 30 Projekte wurden während des Programms betreut und beschleunigt und die sechs Finalisten werden am Startup-Day in März in Austin, Texas, bitchen. Africa Free Routing veranstaltet ein Bitcoin Lightning Development Bootcamp in Lagos, Nigeria. Der fünftägige Deep Dive mit praktischen Workshops und QA-Sessions wird von Ingenieuren von BitNob und Ibex geleitet. BitBlock Boom wird am 12. April einen Hackathon für Entwickler veranstalten, die Anwendungen entwickeln, die Lightning und Nostro integrieren. Anita Posch hat ihre Tests von selbstverwahrenden Lightning Wallets unter schwierigen Bedingungen in den ländlichen Gebieten Zimbabwees in einem großartigen Beitrag zusammengefasst. Das Flash-Protokoll ermöglicht es dir, Tabroot Assets Collectibles, also Sammelstücke, mit Lightning Network Zahlungen zu meinen. OneKey hat Nostro und WebLN-Unterstützungen in seine Hardware- und Software-Wallets integriert und eine Partnerschaft mit Flash-Protokoll zur Unterstützung von Tabroot Assets angekündigt. Ihr Team hat auch eine großartige Zusammenfassung des L402-Ökosystems veröffentlicht. UXUI ist eine Multi-Chain-Wallet, die von Binance Labs ins Leben gerufen wurde und kürzlich das Lightning Network und Tabroot Assets integriert hat. Sie betreiben auch ein Tabroot Assets Universe, um den Nutzern zu helfen herauszufinden, welche Vermögenswerte ausgegeben wurden. MASH kündigt eine Patenschaft mit CryptoSlate an, so dass Leser Emojis oder Sticker hinzufügen und mit Inhalten über das Lightning Network interagieren können. Darüber hinaus wurden Reward-Pages veröffentlicht, die es Publishern und Kreativen ermöglichen, Anreize für das Engagement zu schaffen, indem sie ihr Publikum mit Bitcoin-Auszahlungen über Lightning belohnen, sowie MASH Premium, ein orangefarbenes Häkchen für 15 US-Dollar. Primal, einer der beliebtesten Nostra-Clients, hat nun eine integrierte Lightning-Wallet, die von Strike Black betrieben wird. Albi ist jetzt für Firefox auf dem Handy verfügbar. Nutzer können die Erweiterung beim Surfen auf ihren Handys verwenden. Sie haben auch ein LND-Onboarding-Tool zu ihrer Erweiterung hinzugefügt, das Anreize für die selbstbestimmte Nutzung ihrer Wallet bietet. Chibi ist eine neue interaktive Bildungs-App für Anfänger, mit der du gemeinsam mit anderen Bitcoin verdienen und lernen kannst. Die Bitcoin-Belohnungen werden durch eine Patenschaft mit Scholz angeboten. Bitfinex hat in Zusammenarbeit mit BlockTank einen Lightning-Channel-Service eingeführt, der es Nutzern ermöglicht, eingehende Liquidität von den Lightning-Service-Providern, also LSB-Notes von BlockTank, zu erwerben. Cypher-Chat ist eine neue App für verschlüsselte Privatnachrichten, die das Lightning-Netwerk über das Lightning-Node-Connect, also LNC-Protokoll, nutzt. Unleashed-Chat von CoinKite hat 1.500 Nutzer erreicht, die Bitcoin bezahlen, um ihre KI-LLMs mit Datei-Upload-Kontext-Einbettung, Nostro-Einbettung und mehr zu nutzen. Floxtr ist eine Alternative zu Meetup- oder Facebook-Events und basiert auf Nostro mit Lightning-Saps-Integration für Belohnungen und Ticketing. Soapbox, ein Fediverse-Client, der dezentrale soziale Netzwerke wie Mastodon, Pleroma, Peertube und Threads unterstützt, hat Nostro und Lightning-Saps für erlaubnisfreie Zahlungen integriert. BAT, der Bitcoin-Auto-Teller, ist ein tragbarer Lightning-Geldautomat, der sowohl Fiat-Coins als auch Scheine akzeptiert, ein 7-Zoll-Farbdisplay verwendet und einen NFC-Laser für sofortige Abhebungen über eine LNURL, eine Lightning-Adresse oder eine Bolt-Karte besitzt. Nostro-Ex ist ein Toolkit, das das Nostro-Protokoll in das Lightning-Network integriert und private, effiziente Mikrotransaktionen für API-Dienste ermöglicht. Kelly, der LN-Bits- und Cashew-Entwickler, hat einen Proof-of-Concept des Bitstream-Protokolls von Robin Linus für atomare Swaps zwischen Dateien und Lightning-Zahlungen in Cashew implementiert. Blixt-Wallet hat neue Funktionen wie einfache Taproot-Kanäle, Zero-Conf-Kanal-Unterstützung in ihrem Dunder-LSP, die eine glattere UX für Benutzer-Onboarding bieten wird und Lightning-Box-Unterstützung für Android implementiert, die es Benutzern ermöglicht, Lightning-Adress-Zahlungen direkt auf ihren Telefonen zu empfangen. Tiramisu-Wallet schlug ein standardisiertes Format für Taproot-Assets-Metadaten vor, das die Kompatibilität zwischen verschiedenen Taproot-Assets-Apps ermöglichen könnte. Sats-Bags ist jetzt in den USA, ihrem 16. Land live. Mehr als 500 Geschäfte in den USA geben ihren Kunden bereits Sats-Bag über ihre Plattform zurück. Außerdem haben sie eine Demo für Sats-Bag in physischen Geschäften veröffentlicht, die das Bitcoin-Eyes-Pos, also Point-of-Sale, nutzen. NeutronPay hat seine Point-of-Sale-Funktion veröffentlicht. Die Funktion ermöglicht die Verknüpfung mehrerer Geräte mit demselben Konto für Transaktionen in verschiedenen Geschäften oder die Annahme von Zahlungen durch Mitarbeiter mit ihren eigenen Geräten. Sie sind jetzt auch in Thailand live. Die Hacker des Vancouver Lightning Hack Day haben einige innovative Projekte gebaut. Eines davon ist ein klassischer Verkaufsautomat, der mit L&D und L&Bits betrieben wird, wobei sich hinter jedem Knopf einer NFC-Karte mit einer LNURL verbindet, die nur für die entsprechende Limonade gilt. CitiPay.io, ein Kryptozahlungsabwickler, hat sich aufgrund der hohen Kundennachfrage nach seiner Unternehmenszahlungslösung in das Lightning Network integriert. OrangePill App, die geosoziale Netzwerk-App für Bitcoiner, hat das Lightning Network für die Bezahlung ihres Abonnements integriert. B-Mobile, ein Unternehmen, das es Unity und Unreal-Entwicklern ermöglicht, ihren Spielen auf einfache Weise Social-Commerce- und Content-Management-Funktionen hinzuzufügen, hat in Zusammenarbeit mit ZBD ein Starter-Kit für sichere Bitcoin-Transaktionen in Spielen auf den Markt gebracht. Accept-LN ist der neue Dienst, der es den Nutzern ermöglicht, Lightning-Zahlungen an eine beliebige E-Mail-Adresse zu senden. PlapDevs hat einen Backend-Kurs veröffentlicht, in dem die Backend-Entwicklung von Grund auf geleert wird und wie man ein einfaches Lightning-Wallet-Backend erstellt. BitiPay-Server implementiert ein Plugin, das es jeder Lightning-Wallet ermöglicht, Lightning-Gutscheine zu drucken. Fountain hat die Version 1.0 seiner Broadcasting-App veröffentlicht, mit einem großen Design- und Benutzerfreundlichkeits-Upgrade sowie neuen sozialen Funktionen. Im Rahmen einer Partnerschaft mit CBD wurden außerdem Wiedergabelisten eingeführt, mit denen du von Hörern deiner Wiedergabeliste mit Sets belohnt werden kannst. Hifumi ist ein neues Uber Eats-Pendant aus El Salvador, das Lightning-Zahlungen akzeptiert. Saus hat die Version 0.8.1 seiner mobilen Lightning-Wallet mit einem eigenständigen Point-of-Sale, Nostra-Kontakten, Kontaktfreigabe über QR-Codes, persistenter LND und mehr veröffentlicht. Balance of Satoshis Version 17.6.0, ein beliebtes Tool für die Verwaltung von Lightning-Knoten, also Lightning-Nodes, hat die erste LSPS, also API-Spezifikation für Lightning-Service-Provider, Channel Request API live im Mainnet, die es Notbetreibern ermöglicht, eingehende Channels zu erhalten und Channel-Öffnungen anzubieten. NodeNation ist ein neues Pilot-Bildungsprogramm von Decouver Bitcoin mit Unterstützung der salvatorianischen Regierung, das Schülern beibringt, wie man einen Lightning-Node einrichtet, betreibt, wartet und Liquidität verwaltet. KotaNipe, ein On-Ramp-Off-Ramp-Dienst für Überweisungen nach Afrika, hat eine Partnerschaft mit Mashankura angekündigt, um seinen Nutzern Lightning-Zahlungen und Esteko-Gutscheine anzubieten. Hermes ist ein Lightning-Address-Server, der Fedimint eCash im Backend verwendet. Aggie hat an einem Proof-of-Concept-Mint und LNURL-Server gearbeitet, der Zahlungen hält, bis die Cash-U-Wallet sie einfordert. Bringen, ein Lightning-fähiges Tool zum Ausgeben und Verkaufen von Bitcoin und zum Einzahlen von Euros auf ein Bankkonto oder eine virtuelle Debitkarte, hat seine App öffentlich vorgestellt. Damus, einer der Pioniere unter den Nostro-Clients, hat Purple, eine Premium-Stufe für Projektunterstützer, veröffentlicht. Nutzer können für eine Mitgliedschaft über Lightning bezahlen und erhalten Zugang zu exklusiven Funktionen wie automatischen Übersetzungen von Beiträgen und mehr. SADS-Contact bietet Nutzern eine Lightning-Adresse, die über Lightning-empfangene SADS in Echtzeit in Cash-U-E-Cash-Token umwandelt und den Nutzer per Telegram-Nachricht benachrichtigt. Mount Pelerin ist eine Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen SwissBitcoinPay eingegangen, um seinen Händlern Fiat-Umrechnungen in zwölf verschiedenen Währungen anzubieten. Amboss hat seine Risikomanagement-Plattform für Lightning-Nodes, Reflex, vorgestellt. Außerdem wurde Ghost-Adress eingeführt, dass Lightning-Adress-Zahlungen an selbstverwarnende Nodes über eine gefälschte Node-ID ermöglicht, die vom echten Empfänger abgefangen wird. Umbrella hat Umbrella OS 1.0 und das neue aktualisierte Umbrella Home vorgestellt. Sie haben auch eine neue Version in der Lightning-Node-App veröffentlicht, die eine Reihe von gewünschten Benutzerfunktionen hinzufügt. ZapRite hat gerade eine neue WooCommerce-Integration eingeführt, die es Händlern ermöglicht, ZapRite-Checkout zu nutzen, um eine Bitcoin-On-Chain und Lightning-Zahlungen für einen E-Commerce-Shop zu sammeln. Und zwar direkt in die Selbstverwahrung. Zad's Mobi ist ein neuer Telegram-Bot mit einem integrierten Lightning-Point-of-Sale-Apple. Minibits, eine Cash-U-Wallet, kann jetzt Lightning-Saps als eCash empfangen. Cash-U-Adressen ermöglichen es Benutzern, Lightning-Zahlungen zu empfangen, die dann an einen Cash-U-Mint ihrer Wahl gesendet und als eCash empfangen werden. NPAP Cash ist ein neuer eCash-gestützter Lightning-Address-Server, der jeden mit einem öffentlichen Nostril-Key automatisch einbindet. Das schon zuvor genannte Strike ist nun offiziell auch in Puerto Rico mit seinem gesamten Dienstleistungsangebot vertreten. NiceHash, der Cloud-Mining-Marktplatz, unterstützt jetzt LNURL-Zahlungen für benutzerfreundliche Lightning-Abhebungen. SDECO Bitcoin-Gutscheine sind jetzt in Italien in über 5000 Mr.Pay-Geschäften und Kiosken erhältlich. In Südafrika können Nutzer jetzt EasyPay- und A-Coin-Gutscheine verwenden, um Bitcoin zu kaufen. LN Plus hat Speed, eine Stripe-ähnliche Plattform, die sich auf Bitcoin konzentriert, als Zahlungsabwickler für Lightning-Zahlungen integriert. Und zuletzt hat das zuvor ebenfalls bereits genannte SwissBitcoinB nun noch eine neue Open-Source-App BoltCard entwickelt, mit der du jede Rechnung eines Lightning-Point-of-Sale-Anbieters in eine NFC-zahlbare Rechnung bzw. Invoice umwandeln kannst. Joe Lonsdale, Mitbegründer von Palantir, sagte kürzlich gegenüber CNBC, dass KI-Agenten ein wichtiger zukünftiger Käufer von Bitcoin sein werden, da sie ihn zur Koordination nutzen werden. Und Lightspark-CEO David Markus fügt da hinzu, dass diese KI-Agenten natürlich über Lightning abrechnen werden. Es scheint, dass das Narrativ, über das wir im letzten August geschrieben haben, wie KI-Agenten Lightning nutzen werden, sich zunehmend durchsetzt. Gerade jetzt, wo die KI-Kosten in die Höhe schießen, wird klar, dass das Lightning-Network die KI-Wirtschaft verbinden wird, da die neuen Wirtschaftsmodelle flexiblere Zahlungsstrukturen erfordern. Es ist keine Überraschung, dass der Markt diese Möglichkeit erkennt, denn das Lightning-Entwickler-Ökosystem hat fleißig Co. zur Unterstützung von KI-Agenten bereitgestellt. Christopher David, CEO von Open Agents, hat kürzlich eine End-to-End-Demonstration eines KI-Agenten geliefert, der Daten über das Lightning-Network kauft. Diese Demo zeigt die Leistungsfähigkeit des Lightning-Networks sehr gut. Erstens, der KI-Agent greift über LB-Wallet, eine beliebte Browser-Erweiterung, auf Lightning zu. Zweitens, der Server selbst berechnete den Datenverkauf über einen L402-Proxy, der von Sulu Solutions, einem Start-up-Unternehmen für API-Monetarisierung, entwickelt wurde. Drittens, der KI-Agent bezahlte nicht nur Sulu Solutions für die Daten, sondern auch das dezentralisierte GPU-Tiopia-Netzwerk von Lightning-gestützten KI-Anbietern für Inferencing-Dienste. Diese Art von erlaubnisfreier, reibungsloser wirtschaftlicher Aktivität zwischen autonomen Agenten ist genau das, was das Lightning-Network besser kann als jedes andere Zahlungsnetzwerk. Vier verschiedene Unternehmen mit Software, die von verschiedenen Unternehmen auf verschiedenen Kontinenten entwickelt wurde, einige von Menschen und einige von Robotern verwaltet, die alle über die gemeinsame programmierbare Zahlungsschicht des Lightning-Network verbunden sind. Erstaunlich! Außerdem veröffentlichte VueSites die Alpha-Version seiner Plattform, auf der Entwickler ihre sogenannten Code-Rezepte, im englischen Code-Recipes, hochladen, das sind kleine, in sich geschlossene Programme, die über das L402-Protokoll auf bestimmte Funktionen zugeschnitten sind, diese dann mit anderen teilen und zu Geld machen können. Und CAS-CDR, ein sehr cooles Projekt im Regions of Lightning Hackathon, zeigte, wie L402-Paid-API-Dienste, wie AI Vision, Text-zu-Bild-Generierung und mehr entwickeln, in einem Workflow integrieren und zu einer Gesamtanwendung kombinieren können, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Wir lieben es, das zu sehen. Die Dynamik in diesem Ökosystem ist spürbar und der Zeitpunkt für die Konvergenz dieser beiden weltverändernden Technologien scheint günstig. Verfolge auch du, wie die Lightning und L402-Entwickler-Communities weiterhin neue Tools veröffentlichen und die KI-Ökonomie in Bitcoin und Lightning einbinden. Anfang dieses Monats haben wir Taproot Assets Version 033-Alpha veröffentlicht, das die Ressourcenanforderung für öffentliche Universe-Server reduziert und das Senden und Empfangen von Assets robuster macht, neben anderen Verbesserungen, die auf dem Feedback der Entwickler-Community basieren. Wir waren unglaublich beeindruckt von der Aktivität der Taproot Assets Entwickler-Community, die bisher über 113.000 verschiedene Mint-Sorten, also unterschiedliche Mints, wobei jeder Mint eine sehr große Anzahl von Assets produzieren kann, mit dem Standard-Universe-Server ausgegeben hat. Darüber hinaus haben wir LND 017.4 veröffentlicht, das Korrekturen für eine effizientere Speichernutzung bei der Verwendung des Pooling-Modus für Bitcoin-D, Synchronisierungsverbesserungen für Truncated Nodes und Hänger beim Öffnen von Channels enthält. Wie immer empfehlen wir, auf die neueste Version von LND zu aktualisieren und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten. Für Lightning Loop, einen Dienst, der es Nutzern ermöglicht, eingehende Liquidität, also Loop Out, oder ausgehende Liquidität, Loop In, im Lightning-Network aufzufüllen, also zu replenischen, wie die englischsprachigen sagen, haben wir Version 0.27.0 veröffentlicht. Die Loop Out sind Stapel, also Stack-Verarbeitung, einführt. Nutzer, die viele Loop Out in einem kurzen Zeitraum durchführen, sehen nun, dass ihre einzelnen Transaktionen zu einem einzigen Output zusammengefasst werden, was die Chain Fees, also die Transaktionsspiesen, deutlich reduziert. Schließlich verfügt Lightning Terminal nun über eine Batch Channel Opening Funktion, die es Notbetreibern ermöglicht, On-Chain-Gebühren zu sparen, wenn sie Kapital für das Öffnen von Lightning Channels bereitstellen. Folge unserer laufenden YouTube-Serie Navigating Your Node with Terminal, um mehr zu erfahren. Bist du ein Engineering Manager mit Bitcoin-Kenntnissen und Erfahrung in der Leitung von Remote Teams über mehrere Zeitzonen hinweg? Wir stellen einen Senior Engineering Manager ein. Weitere gesuchte Rollen und Positionen sind Ingenieur für Lightning-Infrastruktur, ein Ingenieur für Assets-Protokolle sowie Ingenieure für das Lightning-Protokoll. Mache mit uns das magische Internet-Geld zur Realität. Das war Die Bitcoin-Renaissance ist in vollem Gange Wie Lightning alles Off-Chain verbindet Von Ryan Gentry Ja, das war sie, die Vorlesung zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Lightning-Network. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei, das euch interessiert oder inspiriert hat. Wie schon in der Einleitung erwähnt, ladet euch die betreffende Software mal runter. Die Links zu jeder im Text vorgestellten App oder Technologie findet ihr im Originalartikel, der von unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode verlinkt ist. Experimentiert ein wenig herum mit diesen Anwendungen, versucht ein Gefühl dafür zu bekommen, und wer sich noch aktiver beteiligen will, wie erwähnt, kann sich vielleicht sogar beim Entwicklungsprozess engagieren. Entwickler in allen Bereichen werden, wie erwähnt, dringend gesucht und hier kann man tatsächlich an den Grundfestungen eines relevanten Protokolls, vielleicht sogar des zukünftigen Finanzsystems, mitarbeiten. Aufgrund des Umfangs der Vorlesung möchte ich heute keinen Nachkommentar anfügen, habe das ja auch schon bereits bei einigen Vorlesungen zum Thema Lightning Network getan, aber auf jeden Fall an dieser Stelle noch eine kleine Danksagung für die Unterstützung, die ihr für diesen Podcast leistet. Da gibt es einige von euch, die immer wieder und in Regelmäßigkeit automatisch mit den Podcast 2.0 Apps uns kleine Beiträge während des Zuhörens übermitteln. Vielen herzlichen Dank dafür, wer seine Podcast-App in diese Richtung eingestellt hat. Sofern er sie unterstützt natürlich, nicht jede Podcast-App kann das. Das hilft weiter, aber natürlich auch die regelmäßigen oder fallweisen größeren Beträge, die ihr explizit schickt. Links dazu gibt es ja auf unserer Website bitcoinaudible.de, ganz unten im Bereich Unterstützung und als Begleittext zu jeder Episode. Auch da gibt es Links, die euch ermöglichen, Sites zu schicken und Sites unterstützen das, was wir tun. Denn, seien wir uns ehrlich, wenn nie etwas zurückkommt, dann fragt man sich ab einem gewissen Punkt, ob das, was man tut, überhaupt sinnvoll ist. Eure Sites sind also ein deutliches Signal an uns, macht weiter so, bleibt dran und haltet dieses Angebot aufrecht. Ja und da gab es zum Beispiel, schon über ein Jahr ist das mittlerweile her, aber ich bin ja, wie ihr wisst, dabei, ein wenig aufzuholen mit den Danksagungen 10.021 Sites von einem unbekannten User, der einfach schreibt, danke, weiter so. Dann 21.000 Sites von einem ebenfalls unbekannten User, der einfach nur schreibt, love you. Ja, vielen herzlichen Dank, love you too. Eine ganz nette Geste und ein großzügiger Betrag. Dann zur Vorlesung Nummer 151 von Parker Lewis war das, jemand wird der Nächste sein, gab es einige Rückmeldungen, zum Beispiel diese, an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an deine Arbeit, unglaublich tolle Beiträge, dazu schön gelesen und interessant kommentiert. Bin gerade dabei, alle deine Bots durchzuhören, das freut mich besonders, wenn ihr immer nicht nur die Neuesten hört, ja und ich tauche voll ab. Spende geht die Tage raus, wenn ich zu Hause bin. Ja und das hast du dann auch am Ende getan, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, Worte und auch den Unterstützungsbeitrag. Vielen herzlichen Dank. Ja dann ebenfalls zur gleichen Vorlesung Nummer 151, einer wird der Nächste sein. Vielen Dank, wichtiges Thema. Und dann jemand anderer, ebenfalls zu einem großzügigen Betrag, wieder eine tolle Lesung und Nachbesprechung zur Vorlesung 151, weiter so. Dann gab es zur Folge Nummer 152 von Nikolic. Bitcoin ist nicht für jedermann, auch wieder einen schönen Betrag von einem User, allerdings wieder ungenannt, ohne Angabe seines Namens. Danke fürs Übersetzen für Folge Nummer 152. Ja gerne geschehen, freut mich, wenn sie gut bei dir angekommen ist. Dann noch ein Nachzügler für Folge Nummer 151, das passiert immer wieder mal, dass einige von euch die eben auch die älteren Folgen anhören und älter sind sie ja nicht in Bezug auf thematische Inhalte, sondern einfach nur, weil wir sie vor längerer Zeit bereits vorgelesen haben. Aber die Inhalte sind, wie ich meine, weitgehend zeitlos, auch ein bisschen im Unterschied zur heutigen Vorlesung, die ja doch topaktuell auf die aktuellen Lightning-Entwicklungen bezogen ist. Aber unsere allgemeinen Vorlesungen sind eigentlich relativ unabhängig von dem, was aktuell vorgeht und widmen sich eher den Möglichkeiten und Inhalten, die Bitcoin mit sich bringt. Haben ein besseres Verständnis von Bitcoin allgemein zum Ziel und insofern finde ich es schön, wenn einige von euch auch in die früheren Vorlesungen reinhören. Wie gesagt, es zahlt sich aus, ja, und das hat eben auch hier ein Zuhörer der Folge Nummer 151 getan. Vielen Dank, Rob, Folge 151 hat mir wieder Mut gemacht. Wenn man sich jeden Tag mit Bitcoin beschäftigt, fällt man irgendwann mal in ein Loch, weil man nicht verstehen kann, dass es die meisten einfach nicht interessiert. Viele Größe. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Es macht schon ein bisschen fassungslos, wenn man sieht und mitbekommt, wie manche Menschen sich zwar sogar ein wenig damit befassen, aber einfach den Punkt nicht finden. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass, so ähnlich wie Michael Seeler mal gesagt hat, man doch zumindest 100 Stunden intensiver Beschäftigung benötigt, um Bitcoin tatsächlich zu verstehen, ausreichend zu verstehen, um nachvollziehen zu können, was für ein Potenzial in Bitcoin steckt und wofür Bitcoin eigentlich gut ist. Nicht zuletzt auch hinsichtlich der sekundären Folgen, die eine Anwendung und eine Nutzung ein Bitcoin-Standard mit sich bringt. Ja, dann noch ein Kommentar, ebenfalls schon knapp ein bisschen weniger als ein Jahr zurück. 5678 sei jetzt auch von einem unbekannten Zuhörer auf YouTube einmaliger Kanal, der noch unter dem Radar ist. Eher was für intellektuelle Bitcoiner. Alle, die nicht nur to the moon denken und ha 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 und hi 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 machen. Seid's gehen raus. Ja, vielen Dank. Eine auch sehr originelle Rückmeldung. Dann gab es noch Unterstützung für, ich glaube, das bezieht sich auf Vorlesung Nummer 154, die Hypermonetarisierung oder 153 zum Thema Volatilität. Da bin ich jetzt nicht sicher. Jedenfalls gab es da einen sehr großzügigen Betrag von einem auch unbekannten Zuhörer, der das Begleittext zu seiner Spende geschrieben hat. Besser wie jeder Krimi, die neue Folge. Ich finde diese Anfangszeiten extrem spannend. Bitte mehr davon. Oder war es doch die Folge Nummer 155, Hell ist nicht Satoshi. Das kann natürlich gewesen sein, wenn er schreibt, ich finde diese Anfangszeiten extrem spannend. Also diese Folge hat relativ vielen von euch gefallen, glaube ich. Und hier wieder Anerkennung für eine ältere Folge, und zwar Vorlesung Nummer 46 war das über Proof of Works, die Naturgesetze der Physik. Hier hat jemand von euch wieder ebenfalls ohne Namensnennung geschrieben. Heute mal ein paar Sites für Folge 46. Da waren wieder mal ein paar mind-blowing Momente dabei. Wirklich starker Artikel von dem Kollegen und danke an dich für deine super Vorlesungen. Ja, vielen herzlichen Dank dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Kommentar zu schreiben, aber auch Sites zu schicken. Das motiviert, das unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Und ich weiß es wirklich zu würdigen, wenn ihr euch diese Mühe macht, euch hinzusetzen, eure Wallet herzunehmen und Zeit an uns zu übermitteln. Ja, damit mache ich wieder mal Pause mit den Vorlesungen der Unterstützungskommentare und Unterstützungsbeiträge. Das nächste Mal geht es dann wieder weiter. Wie gesagt, wer uns unterstützen mag, der tut das bitte nach dem Value-for-Value-Prinzip. Sollte man ja etwas zurückgeben, wenn man etwas erhalten hat. Nur so kann der Aufbau in der Parallelwirtschaft funktionieren. Nur so kann man das Spice im System halten. Gebt eurem Herzen also einen Stoß, nutzt eure Wallets und schickt uns etwas. Vergelt's Gott und herzlichen Dank. Und wer von euch den Podcast auch sonst unterstützen mag, der klickt bitte den Like-Button. Abonniert natürlich auch den Podcast, gerne übrigens auch auf YouTube, unserem YouTube-Kanal, falls ihr den noch nicht kennt. Und macht ihn aber bitte auch weiter bekannt. Teilt die einzelnen Folgen, die euch gefallen und interessiert haben, in den sozialen Media-Gruppen, in denen ihr euch bewegt. Teilt sie mit Freunden, Bekannten, Verwandten und helft dabei mit, dass Bitcoin noch bekannter wird und noch besser verstanden wird. Denn das ist das Ziel unseres Podcasts. Das hilft nicht nur uns als Erzeuger und Betreiber des Podcasts, sondern auch uns als Bitcoin-Community insgesamt. Das ist sicher nicht schwer nachzuvollziehen. Und damit wieder mal genug für heute. Ich hoffe, es hat euch interessiert und gefallen. Für das nächste Mal habe ich etwas in der Tasche, das einen gewissen Bezug zu den Entwicklungen im Lightning-Network hat, aber auch sehr mit der zukünftigen Entwicklung von Bitcoin. Lasst euch schon mal überraschen. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und bis dahin, genießt die Zeit, genießt das Leben, liebe Leute. Und lasst es euch und den euch lieben gut gehen. Bis dann. Ciao. Euer Rob. 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 Untertitelung des ZDF, 2020